Hallo und willkommen zurück zu mittlerweile schon 8. Folge von Prey. Ja, entschuldigt gestern meine Atem ein bisschen. Ich war schon ziemlich müde. Ich habe viele Videos miteinander aufgenommen, weil das Spiel einfach so geil ist. Ach ja. Ich habe Hunger. Ich habe immer Hunger. Ich warte, M.U. Sie werden rauskommen. Sie können nirgendwo gehen. Wir können nirgendwo hin. Ja, ähm. Wir haben ja letzte Stelle aufgehört. Stimmt, da war ja was. Okay, wie? Zum Teufel. Ich habe 18 da drauf. Zwar vertrutt, wenn wir auf der Schei gelämpften. Da ein bisschen Muni. Warte mal. Ne, ein Recycler bringt gegen den nichts. Okay, 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 ähm. Der Funkkühler bringt auch nichts. Okay, ähm. Machen wir das folgendermaßen. Ich kann es einfach für mich kämpfen, wenn das geht. Wir werden es sehen. Ich bin mal cool. Wer ist, ne? Ey, Dicker. Das ist gut. Das ist gut. Das funktioniert gut. Oh, jetzt ist er wieder feindlich. Okay, das heißt, wir schießen. Oh, oh, nee. Jetzt kommt ja auch noch dazu. Ei, 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 ei. Okay, das bringt irgendwie kaum was. Okay, solange er... Ich kann ihn... Ich kann ihn ein paar Mal benutzen, um ihn außer Gefecht zu setzen. Das heißt, ähm... Ich kann gerne das auf den Brauch hauen. Ich habe nichts zu essen. Ich habe zwei fucking Leben. Operator, Operator, help, help. Operator? Ich brauche einen Operator. Äh, entriegelt die Türen. Da oben bist du. Komm her. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Komm her. Komm her. Komm her. Inspektion läuft. Ihre Anzugsintegrität wurde beschehen. Lassen Sie mich das reparieren. Fertig. Danke. Kannst du auch noch einen Sicherheitsroboter-Dingst rufen? Ich muss da rein. Oh, warte. Äh, ja. Wie mache ich das Ding da kaputt? Ähm... Wir haben eine EMP-Ladung. Wir brauchen eine Heckenstufe 3. Trimm-Zugang. Bewege mich. Aha. Oh. Das ist... Das ist Reparatur-Kit. Dankeschön. Aber nichts zum Heilen. Ach, wurde... Ich habe Kaumoni. Soll ich das in dem Spiel hier machen? Ich habe keine Ahnung. Musik wird schon wieder bedrohlicher hier. Deswegen muss man eigentlich immer alles mitnehmen. Danger Radiation. Wir sind geschützt. Das erkennt mich jetzt feindlich an. Das ist das Problem. Ivy Song. Ja, das hacken wir einfach mal. Das können wir ja schon. Wir sind Profis mittlerweile, ne? X. Was haben wir denn da? Ah, der ist nicht mehr ganz frisch. Hallo Ivy. Aha. Und Dateien. Applikatorplan. Verholzenwerfer. Cool. Was haben wir hier? Fair. Data Boards. Verdammt. Hebelkraft 3. Und da sind auch diese Radiation Teile. IC. Bewege mich. Der hier ist schon. Oh nein. Thermal-Phantome. Und jetzt renne ich. Damit es nicht leben kann. Nicht so viel machen. Nein. Gedankertoll ist echt gut. Wo er angreift. Oh, ganz schau. Okay, jetzt muss ich mich noch um die Mimics kümmern. Operator nähert sich. Da. Inspektion läuft. Ihr Anzug ist etwas mitgenommen. Ich repariere das. Dankeschön. Oh ja, endlich Abfall. Dankeschön. So. Wir können nämlich ziemlich viel herstellen. So. Äh. Wir holen jetzt mal ein paar Neuromods. Brauchen wir nämlich zum hacken. Und das war sogar schon schade. Oh. Oh. 997. Was ist ein Schild? Cool. Äh. Noch ein Brau. Warte. Ich kann ein. Ich kann auch einbestimmt den Recycler packen, ne? Ich habe doch eine doppelte Waffe. Wartet mal. Und jetzt so hier. Warte, wie viel brauchte ich jetzt für Hacken 3? Sechs Stück. Boah. Oh, der habe ich gerade zu Schrott oder Tracking-Armwender. Äh. Zwei Neuromods. What? Okay. Oh, warte. Ich weiß, wie ich da reinkomme. Und zwar so. Ich muss das um das Nest... Warte mal. Äh, was haben wir denn noch für das Nest übrig? Nullwellentransmitter, Taifun-Köder oder ne, MP-Ladung. Machen wir mal nachtlich frei. Ja, das Taifun-Köder ist an, noch keine Woche an Oberfläche angebracht werden. Ja. Ich habe mir gedacht, pass mal auf. Nee, warte, erst mal ein bisschen... Oh, wir haben nichts zum Fest gelogen. Uh. Ja, perfekt. Das kommt mir zuerst zu Eden. Oh, shh. Scan abgeschlossen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Ich weiß nicht, ob ich nur den Transmitter schmeiße. Ich wusste es. Kannst du nichts machen. Jetzt werde ich die Fähigkeiten wieder anbauen. Vital Werte kritisch. Kann ich den mit Hilfe meiner... Ich habe nicht so viel. Oh, warte. Und weg. I see. Okay, ich kann mit Hilfe dieser Attacke... ...auch seine Fähigkeiten wegnehmen. Habe ich jetzt acht? Fünf habe ich. Scheiße, ich brauche sechs. Ich brauche noch einen Neuromod. Einen einzigen. Kann ich hier einen Neuromod finden? Ich komme. Ah. Wartet. Ist das jetzt die für unten? Wenn das jetzt die für unten ist, dann schreie ich. Dann schreie ich, wenn das die für da ist. Da noch. Vital Werte kritisch. Ah, lol. Wir haben es. Hat ja auch lange genug gedauert. Warnung. Strahlen Schäden entdeckt. Ärztliche Hilfe empfohlen. Ja, warte. Ich würde nur einen davon nehmen. Chill your life. So, der Mimik. Oh, fuck. Oh nein, der packt mich doch nicht wirklich. Hier hin. Ähm. Okay, Leute. Wie handhaben wir das hier am besten? Denkt ihr, wir schaffen es ja einfach, komplett durchzumaschen? Nein, ne? Egal, wir versuchen es. Wir haben es gefeiert. Ah, ups. Das wollte ich nicht. Das war's. Try and error, meine Damen und Herren. Wir müssen nur schaffen, unser Leben so hoch wie möglich zu halten. So schwer kann es noch nicht sein. Try and error. Katscha, bitch. Rind damit, rind damit. Rind damit. Gut gemacht. Ich hatte schon Angst, das Festplattenlaufwerk wäre beschädigt. Auf Chief Shows Arbeitsterminal können Sie den Fabrikatorplan herunterladen. Dann stellen wir einen neuen Zündschlüssel her. Puh, das war... Intens. Und es ist immer noch. Okay, ja. Aber ich verabschiede mich für diese Folge. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Wit Gamer. Danke. Danke. Vielen Dank.